Mundo Lebenswelten Bilder wecken Erinnerungen Die Mundo Lebenswelten sind Wandbilder, denn Bilder wecken Erinnerungen. Diese Wandbilder wurden entwickelt in Zusammenarbeit mit Fachkräften aus der Pflege und Top Designern. Als therapeutisches Hilfsmittel dienen sie hier in Alten- und Pflegeheimen und auch in Kliniken zur Unterstützung der Biografie und Erinnerungsarbeit. Bilder werden schon seit jeher in der Therapie für Biografie und Erinnerungsarbeit eingesetzt und ihre Wirkung ist auch wissenschaftlich mehrfach belegt. Neu an den Mundo Lebenswelten und den Bildern, die wir ausgewählt haben, ist vor allem die Größe, in der sie eingesetzt werden, und auch die Qualität. Das heißt, wir haben besonders darauf Acht gelegt, welche Möglichkeiten alte Menschen auch in ihrem Sehvermögen noch haben. Man kann diese Bilder sowohl von nahem als auch von fast jeder Entfernung aus immer noch sehr gut erkennen und so lassen sich therapeutische Effekte erzielen. Die großformatigen Bilder der Mundo Lebenswelten unterstützen im Vorübergehen sozusagen die Biografie und Erinnerungsarbeit. Hier werden Erinnerungen wachgerufen und können von den Mitarbeitern in Alten- und Pflegeheimen aufgenommen werden, um so weiter therapeutisch zu arbeiten. Die Bilder der Mundo Lebenswelten gibt es in verschiedenen Größen und Formaten. Ich habe hier mal ein Bild im Format 60 x 40 cm gebracht. Gedruckt werden die Bilder auf Canvas, einem Produkt, das Leinwand sehr ähnelt. Die Farben, die verwendet werden, sind lichtecht für 75 Jahre und für den Außenbereich sogar geeignet. Man kann dieses Canvas auch mit einem feuchten Tuch oder Lappen leicht reinigen. Ich drehe das Bild mal kurz um, dann können Sie das sehen. Dieses Canvas wurde dann auf einen Keilrahmen gespannt, festgetackert und hier kann dieser Rahmen dann noch einmal zusätzlich gespannt werden. Grundsätzlich ist es so, dass die Bilder aufgrund dieser Produktion sehr leicht sind. Man kann sie also auch leicht aufhängen. Man braucht in der Regel nur ein bis zwei Schrauben oder Nägel in die Wand zu machen. Hinter mir ist übrigens eine Themenwand im Format 80 x 120 cm. Hier kann man auch ganz gut sehen, wie die einzelnen Bilder zu einem Thema, in diesem Fall Urlaub oder Reise an die See, kombiniert werden können. Sollten Sie noch weitere Informationen suchen, so können Sie gerne unter www.mundo-lebenswelten.de reinschauen. Ansonsten kommen wir auch gerne vorbei und stellen Ihnen die Mundo Lebenswelten persönlich vor. Rufen Sie doch einfach mal an. Bilder weg in Erinnerungen. Sie können ja auch nicht vor Ort schellen, oder nicht teilen, Sie können ja auch gerne dafür, aber nicht schauschen. Und hier müssen Sie sich kennenlernen, Sie kennenlernen, ja gerne haben, Sie können ja auch keine Schrauben und die Karteил어에 stecken, wo die Karteilerei direkt und die Karteilerei. Prof. D. . Vielen Dank.